Hi Leute, heute hat es ein paar Updates gegeben, los geht es nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen bei Bennys Movie Collection. Ich habe heute drei coole Updates bekommen und davon möchte ich euch eins vorstellen heute. Erstmal sage ich worum es geht, allgemein was ich bekommen habe. Ich habe mir heute in der M-Array Version Shameless Staffel 7 gekauft. Ich feiere die Serie, ist wirklich geil. Die stelle ich aber auf meiner Facebook Seite vor. Dann habe ich noch das Media Markt 4 Ks Debook zu Atomic Blond bekommen. Das wird in einem separaten Video kommen, auch nachher. Und dann endlich habe ich es geschafft, nach einiger Verspätung und E-Mail Verkehr mit Media Dealer, haben die mir endlich mein Letterface Media Book zugesandt. Und das möchte ich euch heute aus der Ego Perspektive vorstellen. Und dafür wechsle ich jetzt mal die Position. Viel Spaß. Ja, willkommen zurück in der Ego Perspektive. Hier ist das richtig geile, schicke Teil. Das hat mir von allen Cover Varianten am besten gefallen. Ich habe das Ding bei Media Dealer bestellt, habe jetzt mit Versand knapp 30 Euro bezahlt. Hier unten ist noch ein Aufkleber auf der Folie. Hier kann man gut erkennen, Spio JK geprüft. Ist die Uncut Version. Ich habe heute gesehen, im Media Markt gibt es auch eine 18er Cut Version. Also aufpassen und Finger weg davon. Und hier steht noch die Origin Story zu The Texas Chainsaw Massacre Letterface. Uncut von den Regisseuren von Insight. Limitierte Auflage. Ja, Insight habe ich auch in meiner Sammlung. Ist ein französischer Film. Und gefällt mir richtig gut. Ist ein geiler Streifen. Wer den noch nicht kennt, unbedingt nachholen. Ist auch mega blutig und richtig geil. Ja, packen wir das Ding mal aus. Und das Ganze hier ist auf 2000 Stück limitiert. Ich habe Nummer 143. Und das ist eine J-Card. Nur wie ist die hier? Auch wieder mit so Klebepunkten fixiert. Genau, das ist eine J-Card. Dann schauen wir uns die mal zuerst an. Letterface. Die unzensierte Vorgeschichte zum Meilenstein des Horror-Genres. The Texas Chainsaw Massacre. Eine kleine Inhaltsangabe. Die könnt ihr euch mal durchlesen und auf Pause drücken. Dann ein paar nette Szenenbilder aus dem Film. Die Aufstattung. Bonus-Features. Noch ein paar Credits. Unten noch ein paar Spezifikationen über Laufzeitangabe etc. Und hier sind 164 Minuten Bonus-Material enthalten. Das ist wirklich eine Menge. Und mal schauen, ob ich die Zeit finde, mir das reinzuziehen. Ich bin schon echt gespannt auf den Film. Ja, wie gesagt, auf 2.000 Stück limitiert. Ich habe 143. Die J-Card wird dann auch behalten. Also die behalte ich wegen der Limitierungsnummer. Und die lege ich jetzt mal auf die Seite. Und dann schauen wir uns das Mediabook an. Wie gesagt, ich fand, oder beziehungsweise ich finde, das ist die schönste Version von Letterface für meinen Geschmack. Ist auch das schönste Mediabook von allen. Ich habe jetzt letztens bei Olli von Olli Anker das D-Book gesehen. Hat mir dann in der Präsentation doch besser gefallen wie auf den Produktbildern. Und das wäre dann definitiv meine nächste Wahl. Aber ich belasse es bei einer Version, denn ich brauche den Film nicht in 5 verschiedenen Versionen. So, hier vorne sehen wir sehr wahrscheinlich den jungen Letterface. Wie er sich hier schön am Gesicht rum schnippelt. Unten noch eine Kettensäge mit Blut verziert. Letterface Uncut. Die DVD und die Blu-Ray-Disc sind hier enthalten. Ich halte das mal ein bisschen näher. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ja, gefällt mir richtig gut. Gehen wir zum Spine über. Hier steht auch Letterface Uncut. Also es wird ziemlich deutlich gemacht, dass der Film unzensiert ist. Hier nochmal das Cover von vorne. DVD, Blu-Ray-Disc. Und gehen wir zur Rückseite. Die kenne ich noch gar nicht, denn ich habe es vermieden, mir ein Unboxing-Video anzuschauen. Denn ich wollte mich von dem Mediabook selbst überraschen lassen, damit ich es das erste Mal sehe. Und die Rückseite gefällt mir richtig gut. Hier das Haus der Juwitz wahrscheinlich. Und hier oben die Kettensäge. Gefällt mir auch richtig gut. Sieht wirklich geil aus. Öffnen wir das Teil mal. Da bin ich jetzt ja gespannt. Schauen wir uns erst die Disc an. Na, komm raus, du Lümmel. Das ist die auch im Kettensägen-Motiv gehaltene Leatherface. Das ist jetzt die Blu-Ray. Gefällt mir ganz gut. Und dann haben wir hier ein schönes Artwork. Spiegelt ein bisschen, aber ich denke, man kann es erkennen. Der kleine Junge, wahrscheinlich der kleine Leatherface, wie er hier vor einer Kettensäge steht. Fängt schon früh an, der Lümmel. Blättern wir hier mal ein bisschen durch. Ein paar Totenschädel, ein legendäres Franchise. Es sind so ein paar Hintergrundinformationen. Das Buchlet geht auch. Ist jetzt gar nicht so dünn. Das finde ich immer gut. Man bekommt für sein Geld was geboten. Das hier sind noch Bilder aus dem ersten Teil, glaube ich. von damals, von Tobe Hopper. Texas Chainsaw Massacre 2 von 1986. Ja, wenn man mal lesen würde. Ja, Texas Chainsaw 2. Dann Texas Chainsaw 3. Den habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gesehen. Muss ich unbedingt mal gucken, ob ich jemanden finde, der den hat. Die Rückkehr kenne ich auch nicht. Leider, obwohl ich Fan von Leatherface bin, kenne ich nur das Original, den zweiten Teil und die ganzen Remakes etc. Ja, Michael Bayes und hier Texas Chainsaw The Beginning. Das ist im Moment auch mein Favorite. Ist wirklich ein Hammerstreifen, auch ein brutaler Streifen. Und wäre es sehr schön, wenn es da mal eine würdige Blu-Ray-Veröffentlichung gäbe. Texas Chainsaw 3D habe ich auch in der Sammlung. Und jetzt Leatherface. Und da bin ich echt mal gespannt, wie der ist. Soll ja auch ziemlich blutig sein. Ich habe jetzt gehört, er käme auch ziemlich an den Beginning ran von der Brutalität. Und da bin ich echt mal gespannt, ob das so ist. Ja, hinten noch ein paar Internetseiten. Was wieder über den Autor. Und hinten noch mal ein schönes Bild. Erstmal die Disc. Das ist die DVD. Sind so Holzbretter, so ein Beschlag. Gefällt mir auch ganz gut. Und hier ist auch nicht zu viel Schnickschnack auf der Disc drauf. Alles schön ziemlich steril gehalten. Gefällt mir ziemlich gut. Und auch dieses Bild hier. Kennen wir von der J-Card. Und auch das gefällt mir wirklich. Sieht mega aus. Ist ein Hammerbild. Ja, im Großen und Ganzen. Ein sehr, sehr schönes Mediabook. Gefällt mir auch bis jetzt noch am besten. Und ich bereue die 30 Euro nicht. Und werde mir den Film nachher direkt mal reinziehen. Bin echt gespannt, wie der ist. Ich wechsle jetzt mal in die normale Position. Sag noch ein paar Worte. Bis gleich. Ja, das war das Mediabook zu Leatherface. Ich bin echt mal gespannt, wie der Film ist. Ich feiere die TCM-Reihe. Und werde mir den Film heute auf jeden Fall noch anschauen. Und dann werde ich eventuell noch eine Frisch aus dem Heimkino-Review auf Facebook veröffentlichen. Und ja. Das war es dann für heute. Nachher kommt noch das Atomic Blonde Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst gerne mal ein Abo hier. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Benni. Ciao. 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 Vielen Dank.